Ich bin durch einen schweren Sturm gegangen. In dem Moment habe ich nur noch schwarz gesehen. Dieser Sturm hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen. Mein Name ist Deborah Rosenkranz und ich bin im November bei Hoffnungsfest dabei. Auch du kannst Hoffnungsfest in deine Stadt, deine Gemeinde oder dein Wohnzimmer holen. Erfahre mehr unter hoffnungsfest.eu und melde dich an. Wir sind ewig für heute. Ich bin der Rating.